Hey Leute, willkommen in einem neuen Video bei Adelia Tokaro Vlogs bei Dönerro. Und wie ihr im Hintergrund seht, ich war in ein Fantreffen, mein erstes Fantreffen und ihr wart dabei. Ich bin mega stolz auf euch und dass ihr in ein Fantreffen wart und euch das so zugetraut habt. Und natürlich habt ihr mega gut mitgemacht und ja. Ja und da haben wir sehr viel gespielt und ihr wart auch sehr aufgeregt, wie ich gesehen habe. Und ihr wart sehr nett zu mir und habt sehr viele Komplimente gemacht. Und ja, und da habt ihr euch alle vorgestellt, in eine Reihe gestellt und das habt ihr auch mega gut gemacht. Weil manche machen mit mir 10 Jahre schon Videos und die können sich nicht mal auf eine Reihe stellen. Aber naja, auf jeden Fall, ähm, ja gleich stellen sich die Ersten vor. Ein paar Jahre später. Um, äh, ja, ähm, hier ist schon die erste Franziska und sie spielt Fußball gerne. Super, Franziska, ich grüße dich. Ja, wann kommen die nächsten? Also, bisschen lange dauert es bei denen. Ich bin Max und Franziska ist elf. Max, ich grüße dich. Ich bin Mimi und elf. Mimi, ich grüße dich auch herzlich. Und Luisa. Und hier sind eingeblendete Videos, ähm, Fotos meine ich. Und die Fotos sind auch sehr gut gelungen. Und das ist noch mit einem Mädchen ein Bild. Und das ist coordinierend. Danke.